Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video verschaffen wir uns einen Überblick über den Funktionsumfang von JTL Easy Auction. Easy Auction ist die Marktplatzanbindung von JTL Wawi und verbindet uns direkt mit den Marktplätzen eBay und Amazon. Genaue Anleitungen, wie Sie Ihre Accounts in JTL Wawi einbinden und wie jedes Feature im Detail funktioniert, erfahren Sie in unseren Tutorial-Videos und Online-Dokumentationen. Dieses Video richtet sich an Neueinsteiger in die JTL-Welt. Amazon. Wenn wir unser Amazon-Konto in JTL Easy Auction eingebunden haben und schon Artikel auf Amazon anbieten, holt JTL Wawi diese ab und listet sie in der Angebotsverwaltung. Artikel erzeugen Wir können alle Angebote, zu denen es noch keinen passenden Artikel in der Wawi gibt, mit wenigen Klicks einlesen und einen neuen Artikel anlegen lassen. Das hat den Vorteil, dass wir diese Artikel dann entsprechend auch auf eBay oder in unserem Online-Shop einstellen können. Wir erkennen Amazon-Angebote, zu denen es noch keine Artikel in JTL Wawi gibt, an der beigen Einfärbung. Angebote, zu denen es Artikel in JTL Wawi gibt, sind weiß gefärbt. Zentrale Steuerung. Alle Aufgaben, für die wir uns gewöhnlich in Seller Central einloggen würden, lassen sich problemlos in JTL Wawi erledigen. Beispielsweise Preis- oder Bestandsanpassungen lassen sich komfortabel für einzelne oder viele Angebote auf einmal erledigen. JTL Repricer JTL Easy Auction verfügt übrigens über einen leistungsstarken Amazon Repricer, mit dem Sie Ihren Marktbegleitern immer einen Schritt voraus sind. Auf Angebote schalten. Mit JTL Easy Auction können wir uns auf beliebig viele Amazon Angebote aufschalten oder selbst neue Produktseiten erstellen. Amazon Lister. Übrigens, für das Erstellen von Produktseiten müssen wir uns nicht mehr durch das Seller Central klicken. Mit dem voll integrierten Amazon Lister von JTL Wawi lassen sich auch mehrere neue Produktseiten schnell erstellen und hochladen. Bestellungen. In der Bestellverwaltung werden uns alle aktuellen Bestellungen von Amazon gelistet. FBA. Wir sehen auf einen Blick, welche Bestellungen von uns und welche über FBA abgewickelt werden. FBA wird in JTL Wawi komplett automatisch organisiert. Das FBA-Lager wird automatisch angelegt und die Bestände darin gepflegt. Selbstverständlich ist auch Seller Fulfilled Prime voll in JTL Easy Auction integriert. Pending Bestellungen. Graue Bestellungen sind Pending. Sprich Amazon prüft noch, ob die Bestellung tatsächlich zustande kommt. Praktischerweise beachtet JTL Wawi diese Bestellungen auch für unseren verfügbaren Lagerbestand und falls so eine Bestellung von Amazon oder dem Kunden storniert wird, wird unser reservierter Lagerbestand natürlich wieder freigegeben. Daten abgleichen. Im Unterbereich Abgleich sehen wir, welche Bestellungen und Angebote mit dem nächsten Amazon-Abgleich an Amazon gesendet werden. Bei Bestellungen schickt JTL Wawi beispielsweise die Versandinformationen zu Amazon und bei Angeboten werden Preis- und Bestandsanpassungen übertragen. FBA-Aufträge. Wir erhalten eine stets aktuelle Übersicht, welche FBA-Aufträge und Retouren von Amazon automatisch abgewickelt wurden. eBay. Falls Sie schon auf eBay handeln, werden alle laufenden eBay-Angebote mit Hilfe unseres Angebots-Importers eingelesen und können ab dann bequem in JTL Wawi verwaltet werden. Ähnlich wie bei Amazon können alle wichtigen Einstellungen zu einem Angebot mit JTL Wawi durchgeführt werden. Lagerbestände, Preise, Kategorie oder Zahlungs- und Versandkonditionen lassen sich bequem in JTL Wawi steuern. Alle Einstellungen, die sonst im Mein eBay-Account durchgeführt werden müssen, können wir jetzt zentral in JTL Wawi treffen. Das alles können wir für einzelne Angebote oder beliebig viele auf einmal machen. eBay-Angebote erstellen. Selbstverständlich können wir mit JTL Easy Auction auch komplett neue Angebote auf eBay einstellen. Auch beendete Angebote können wir jederzeit mit wenigen Klicks wieder neu einstellen. Übrigens lassen sich Angebote auch per Zeitsteuerung oder abhängig vom Lagerbestand einstellen oder beenden. eBay-Vorlagen Artikel stellen wir in JTL Wawi mit speziellen Vorlagen auf eBay ein. Jeder Artikel erhält eine oder mehrere eBay-Vorlagen, sodass wir für jedes Angebot individuelles Design oder Konditionen pflegen können. Selbstverständlich lassen sich einmalig erstellte Vorlagen auch für viele Artikel auf einmal anwenden. Preisvorschläge und Kundenanfragen Auch andere wichtige Funktionen aus dem Mein eBay-Konto wie Preis- oder Kundenanfragen können bequem von JTL Wawi aus erledigt werden. eBay-Bestellungen In den offenen Bestellungen sehen wir Verkäufe, in denen die Kaufabwicklung noch nicht durchgeführt wurde, zum Beispiel weil der Kunde gerade noch stöbert und eventuell noch weitere Artikel von uns kaufen möchte. In den abgeschlossenen Kaufabwicklungen behalten wir den Überblick über unsere Verkäufe auf eBay. Die Auftragslisten von eBay und Amazon räumen sich mit der Zeit selbst auf. Wenn eine Bestellung komplett verarbeitet wurde, verschwindet sie auch aus diesen Listen. Verkauf und Versand JTL Wawi legt selbstständig für Verkäufe auf eBay und Amazon Aufträge an. Egal ob es sich um eBay oder Amazon Verkäufe handelt, der Versand läuft wie gewohnt mit JTL schnell ab. Alle relevanten Versandinformationen wie beispielsweise Tracking-ID werden automatisch an die entsprechende Verkaufsplattform und damit auch dem Kunden weitergeleitet. JTL Easy Auction können Sie 14 Tage unverbindlich kostenlos testen. Dies war ein Überblick über JTL Easy Auction. Wie Sie Ihr Amazon bzw. Ihr eBay-Konto mit JTL Easy Auction verbinden, erfahren Sie in diesen Videos oder in unserer Online-Dokumentation. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.